wir machen ich weiß nicht hat rücken und tief ich kann dir empfehlen einen großen Topf mit Wasser kochen, drinnen Stellen, Kopf über gerade da gehts ja das Shaketop bin ich auf alle Himmelsrichtlinien aber macht Spaß Ja, das hört sich am Anfang ekelhaft an, weil da halt großes Stiefenrohr ohne Teflon wurde wegoptimiert. Da wurde eine Seite heiß, aber ich hätte einfach gezogen. Ja, scheißegal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020